Er kriegt den einen Botnet kaputt, der hinterm Baum sitzt. Ja, er liegt da. Neben dem Auto? Ja. Er hat sich gerade bewegt. Ich wollte aber sagen, wir warten noch. Okay, go. Ich bin halt da. Ich hole mir auch kurz seine Waffe. Jetzt müssen wir den anderen halt schnell holen. Ja, die Frage ist, wo ist der? Ja. Vielleicht zeigt er sich jetzt schnell. Na, aufpassen. Wie gesagt, der hat ja ein Fahrradnetz, der uns umbekehrt. Ja, östlich. Oh, hinter mir ist ein Spieler. Wo, wo, wo? Äh, noch weiter östlich. Im Wald? Ja. Weitrand. Ganz unten. Ganz unten. Ne, ne, ne. Ich hab ihn aus den Augen verloren, ich hab's aus dem Augenwinkel gesehen. Ja, okay. War der schon da Richtung die Lichtung? Oh, oh. Ja, ja. Wie ist der nächste Ziel? Geht bei mich. Der Gilly war das glaube ich. Ich bewege mich mal. Ich glaube er kommt auf mich zu. Ist... Ich guck die ganze Zeit Richtung Nordosten. Ja, ja, der kommt hier. Er rennt nach links quasi. Du siehst den Typen auch, oder? Ich seh den Typen, ja. Das ist aber kein Gilly. Wo ist er gerade? Ähm, weißt du wo der Weg ist, der da durchführt? Der ist jetzt beim Weg. Was? Beim Weg da. Du rennst nicht, gell? Nein. Gut. Er ist jetzt beim Weg, genau. Bei so gelben Büchen. Rennt nach Nordosten. Scheiße. Ist er oben, oder unten beim Weg? Relativ weit. Ah, beim Stein ist er jetzt. Was dachte? Nein. 2 Hits. Er ist unmächtig. Was? Aber was der Typ hier nicht gesehen hat. Klapp doch. Ich weiß, Lachser, ja. Partisan ist okay. Sofort nach unten. Ja. Sofort nach unten weg. Also schräg. Ja, go. Ja, ich bin nur im Weg. Unterweg! Der hat mich hart getroffen. Weißt du, wo er war? Äh, nördlich von meiner Posi, falls du mich siehst. Ja, ich hab die schon gehört. Bist du hinter mir? Äh, ich kann nicht weg. Oh, noll. Der war auch hinter mir, der Hero. Fuck. Äh, ich hab ne Mini-OCSD. Äh, besser als nix. Hehehe. Hehehe. So, dann mach sie sich fertig. Ohhhh. Soll ich ne Granate mitnehmen. Ich hätte es genau ergeben. Das ist zwar alles offen. Ja, okay. Da beim DS-Center ist noch. Zombie. Beim westlichen, ne? Ne, ne. Bei dem, äh, ja doch. Bei dem, unterhalb der Kirsche. Quasi. Dem Berg. Mhm. Naja. Der ist, glaub ich, von mir. Aber für mich sicher. Bin jetzt auch schon ganz weit weggelaufen. Ich runde das quasi. Rechts rum unten. Mhm. Nach, nach, äh, Südwest quasi. Ja. Ich bin ganz sicher, ob der von dir ist. Der ist sehr weit da hinten. Alles offen, ey. Auto. Wo? Äh, von deiner Base, glaub ich. Fährt wohin? Fährt in unsere Richtung. Ja. UAZ. Ich leider gar nichts. Das ist euer Buhanka. Wohin? Wo, wo ist der denn? Der ist mitten im Wald, ähm, südwestlich. Ne, fast südlich. Südlich? Südlich, ja. Ne, ist grad stehen geblieben wegen der, äh... Helix. Ja. Wir fliegen gerade direkt über ihm. Ah, okay. Ja, dann weiß ich wohl. Dann versuche ich mal in die Richtung zu kommen. In welche Richtung ist er gefahren? Südwesten? Ne, Richtung Norden. Genau in unsere Richtung. Hab ihn zum Anhalten gebracht? Hab deine Schüsse gehört. Ich bin noch ein Stück hinter euch. Ich rush den jetzt. Auf dem Weg gewesen? Ja, quasi. Von deiner Position unterhalb? Ne, oberhalb. Oh, ich hab den geblowt. Ich hab den geblowt. Der steht neben dem Auto. Dann ist das bestimmt der Hero, oder? Kann gut sein, ja. Kann gut sein, ja. Ah, ich hab die Leifen zerstört. Ich hab ihn. Er ist hinterm Stein beim Auto. Zweimal gehittet. Noch ein Stück. Auf dem Weg. Ich rush den jetzt. Ist mir so scheißegal. Wo die Kara steht. Müsstest du hören, die ist an. Ja, ich bin noch. Ich bin aber nicht hinter dir. Ach, der zieht aufs Auto. Heißt du eh die Kara? Er ist hinterm Stein. Direkt davor. Ist er neben der Stein? Ja, direkt hinter. Also davor quasi. Vorm Auto her. Du bist am Auto. Ich bin am Auto. Und er ist auf beim Stein. Also rechts rum zum Kapieren. Ja, von hinten kommt vielleicht einer. Der spielt nämlich am Pfeil. Ich muss mich, wenn es geht, beeilen. Ja, ich bin hier im Impulsorenbrent. Stößt auf mich? Oder bist du? Ich hab es hinterm Stein geschaffen. Ich sehe nicht. Ich bin hinter den Steinmeer gegangen. Kannst du ihn noch mehr flankieren? Ich habe ihn, aber er hat mich aus. Blutest du? Ja, ja. Scheiße, wo? Ich bin rechts runter. Rechts runter. Ja, genau in die Richtung. Genau in die Richtung. Geradeaus oder was? Ja, ich sehe ihn. Nice. Dann müssen wir sofort Position wechseln. Ja, ja. Und sofort die Waffe lupen können wir. Ja. Ich kaufe fast keine Ammo mehr. Ja. Dann ist Partisan aber auch nicht weit. Ja. Wir versuchen in die andere Richtung nochmal von wo wir kamen. Versuchen genau außenrum nochmal zu rennen. Welchen Turm? Ja. 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 Ich habe auf jeden Fall irgendeine Krankheit, weil ich habe gerade einen Baum hinter mir voll. Mega erschrocken. Ja. Ja, so wie ich das eine Mal. Ja. Ja. Ja, machen wir auch. Ja, ich bin gerade am überlegen, wie man den oben von der Polizei runterkriegt. Ja, das ist echt ein Flugzeug drin. Ja, das Fahrzeug steht am Kranzen, da kommt so nichts dran. Da holen die dich Feuer weg. Ja, da war's drin. Ähm, Tim? Tim sitzt im Flugzeug. Ja. Essen und trinken und Antikloch getauen. Boah, bin ich hier. Boah. Alter. Ja, das war's drin. Da war's drin. Ja, das war's drin. Ja, das war's drin. Ja, das ist irgendwie ein bisschen. Redaktion. Was? Ah, war wieder Lachser. Was ist das so schnell, du willst, ne? Ich hab keine Bandage mehr Ich hab Bandage, ich bin neben dem Hinter uns ist noch einer Aber noch Geh ein bisschen weiter oberhalb, ich hab die Fahl von dem geholt Der hat eine Fahl? Der mehr, der mehr schießt Der schießt auf mich Die DMS auf jeden Fall auf die Flanke aus Ja Danke fürs Auto Hast du das Auto geklaut? Ja natürlich Ja dann lass mal treffen Punika Ich hab ohne Ende Loot schonmal Und dann kannst du den Loot sichern wenn du willst Wo war denn jetzt die DMR? Auf dem Krankenhaus Wo war das Auto? Das Auto stand direkt am Krankenhaus Da hab ich das genutzt und bin direkt dahin gelaufen Genau, hab ich dich gerade gesehen Ich muss mal kurz anhalten, was dringend Bitte helfen Tim, ich weiß nicht ob da der Windhaustyp ist Ja Das ist ja mein Problem, deshalb hab ich nicht mehr raus Komm Ich hör wieder Bäume umfallen Oh Punika da One Shot Er ist um mich gekommen und rechts in den Kopf geschossen Oben Wo oben? Da war in dem Wald Großhofgeburt steht Er hat Feuer Der Krankenhaus beobachtet uns Der Typ oben auf dem Hausdach oder was? Oh ja Alter läuft auch wieder Zombies laufen auch wieder Richtung dem Krankenhaus Wenn's stehen geblieben mag Der hat auf dich geschossen Ja der schießt doch auch auf mich Warte mal, ich schieß mal zurück Ist er ganz oben auf dem Dach oder wo? Nee, 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 nee Der guckt schön über die Ecken drüber Ja wir müssen weiter Ja, ich renne jetzt weiter Ich glaub nicht, dass er uns kriegt von da Wenn ne Waffe da ist, dann versuch ich den Krankenhaus Komm und ihn zu erschießen Partisan Partisan hat Tim abgeknallt? Nee, nee Das ist Partisan am Krankenhaus dann Komm, zeig dich du Wexler Oh ja In der Leiche ist nix mit dran M4 anti-terror Ja Geh mal am besten vor für den da Ja, zurückkehlen Willst du nicht deine FMV in irgendein scheiß Auto liegen im Süden? Jo Mach auf, schieß du unterhalb von uns Irgendeiner ist einer ausgestiegen, glaub ich Schießt da beim Flugzeug irgendwo da in der Richtung Irgendwo dann im Wald, glaub ich Ja Ganz weit im Osten Weich, zwei Leute sind dort Wachser Die verfolgen uns, Alter Nee, 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 nicht hinlaufen, nicht hinlaufen Nee, wir wachen hier Ja Wir tun die auch nicht Verdammt ab Von den VSS und so, ne? Könnten uns hier hinter irgendwelche Stein oder so postieren Da ist die Frage, wer uns schon beobachtet hier Ja, ich glaub eher keiner momentan Weil die sich eben da schon gebattelt haben, Laxa zumindest Ja, oder die haben hier den Hartz IV da angesehen Ja, da geht aber jeder hin Ja, warte erst bis wir die weggeschossen haben, dann Ja Ja Bei denen trau ich zu, dass sie das dann doch peinle, ne? Decke, halt auch mal ein Auge hinter dem Industrial End im Wald da rein Kann ich nicht Ich geh davon aus, dass er mich gesehen hat, Lars Sobald einer weghubst, steht der auf und bratzt mich weg Ja Bist du weitergerannt, Kobi? Ähm, ja, ich kann jetzt den Schweineplaster da hinten gehen Ja, ich komm auch mitgerannt Bist du hier neben mir? Ja, vor dir Ich dachte, wir sind beide noch weitergerannt Äh, ich geh davon aus, dass die uns wahrscheinlich noch versuchen zum Laufen Äh, noch weiter zum Laufen Ich würd' vorstellen Also untenrum hier Ja, ich trau dir nicht alles zu, ne? Mach mich fertig Ich, ich wir Von der Zekutze seiner CC-Scientists Ja Ja, die umlaufen uns, rechts von uns, rechts von uns Ich bin am Säuern und so knapp Ne, ne, da bist nicht du gewesen Ich hab einen gesehen grad da, Kori Wo seid ihr da? Richtung Kompass 120 ungefähr Ich, ich, ich verschieb' weiter nach hinten Ja, ok Ich seh' ihn noch, also ich seh' denen seine Beine Der ist hinter, hinter dem großen Stein mit dem gelben Busch daneben Siehst du den? Großen Stein, ja Und das war ein Stahlcenter Da ist gleich im Laufen 120 Grad hast du gesagt? Ja Da ist direkt an der, an Starrysat Grenze Ah Starrysat Grenze Und ich bin um ein Ballloch, dann komm ich von oben runter, ne? Der ist auf'n Fall hinter dem Stein, sicher Kann sein, dass ich jetzt umlaufen werd von oben Ah, ich seh' dich da oben durch den Wald laufen Badmaschinenponiker Ah, du geh, ah, ne Jogginganzug, ich seh' dich Einer kommt jetzt, äh, von Von der Borg her runtergelaufen Nein, Nett-V Gehör Das war dumm Die Besteine sind nass Ah, ich seh' dich Wir haben den Typen jetzt sehen Ne, ne, ne Wir haben den jetzt 4-5-D sehen Mit der Stein, äh Ja, davor, ich weiß Genau Also der war grad definitiv dahinter Ja, ja, der war da immer noch Der hat grad auch noch immer Der Hengis Der ist immer noch am Stein Ja, der wartet, die wollen nicht umlaufen Wenn die der mit zwei, ne? Ja, genau, genau Hm, smarter Ja, ich seh' ihn Alter Ich hab voll gegen Stein geschossen, ich Idiot Äh, hab ich gesehen War da noch einer von denen unterwegs Ich hab keinen gesehen Aber ich weiß es nicht Ich hab eben nur Lachser schießen hören Als der den anderen abgeknallt hat Braucht einer in der AK? Ne, aber ich verliere die ganze Zeit Ich verliere die ganze Zeit Blut, das ist doch Problem Ey, ich seh da einen laufen Warte mal In der Nett-1, okay Blauer Jogging Anzugsponiker AK mit einem Mac Ich verliere halt die ganze Zeit Blut Das ist doch Problem Was für den? Hast du denn? Hast du ein bisschen krank? Blutvergift, komm Cool, bist du das am Stein? Ja, na? Ja, ja, ich hab ihn grad gelogen Hi Ja, kann man machen Sollen wir hier hinten in dem Ort? In der Scheune? In der langen, braunen Scheune? Ne, nichts wird so mich spawnen Okay Dann würde ich sagen, geben wir mal noch ein Stück Richtung Küste Da, wo die Steine sind Die großen Weißt du nicht mehr? Ja, ja, ja Komm ich mal mit, ne? Ja Weil Trinken blinkt auch schon wieder Und Hälfte Blut Also das hat keinen Sinn Vielleicht würde ich ja gerne auch Bandit 3 lassen Aber das ist halt Ich bin auch Bandit 3 dann Ich hab 16, 2 und 600 jetzt wieder Oh, nice Hab ja langsam ein paar Mal geknüpft Haha Jetzt müssen Diele mich wieder ankommen Ja, Partisan ist der Einzige der noch nicht gestorben ist Und den wirklich Partisan ist der oben auf dem Ding Krankenhaus, ja, ja, genau Die Endzeit abaime Ja, läuft doch ganz gut, oder? Hm? Ich hab vier Möwen gehör Ich hab grad Möwen gehör Genau, du hast vier Möwen abgeschossen Ne, ich hab grad Ne Möwe gehörn Ne Möwe gehörn Ne Möwe gemacht Ah, 139, ey Ich muss das gleiche Nicht aufpassen Ja, jetzt aufpassen Ähm, hier soll ich den Loot grad mal in die Karada tun Das steht ja zu dieser Pickup Ach, du mal sofort Ja, dann würden wir das hier versuchen zu decken Genau, genau Da kannst du ja hinter den Stein hier gehen Und die müssen ja von oben oder links kommen Ding Das ist glaub ich das Beste Am besten killst du mich auch mit ne Axt oder so Dann hören sie nicht wo wir sind Ich hab ne Axt Ja, ich auch Wurde 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 ich auch Hier ist irgendwo einer direkt daneben Ich hab ihn dreimal gehitte Oder so Und ich komm Punica schnell zurück Wo war der denn? Das wird schon wieder Punica kacken Soll ich den kennen War der nicht schon einmal pissen? Ja Dann wird Punica aber staunen wenn er vom Kacken zurück kommt Ich bin direkt in den Wald gespawnt Wird fast Ethan ausgedrückt Ich bin direkt daneben quasi Ich nicht 400 Meter Oh ich höre Schüsse Ja ich seh ihn auf dem Feld Ja ich seh ihn auf dem Feld da hinten Oh das ist der Punica Ja Ja Ich glaube nicht dass Punica kacken geht mit auf dem Feld Lust hat er noch Ja die sind zu zweit da Die sind zu zweit da Scheiße Lachsa ist auch da Warst du links vom Stein? Ähm Ja Dann looten die grad dich Nur wieder da Punica da sind Da sind Geist Direkt am Stein Links vom Stein Zwei am looten Wir haben uns beide gekillt Wo 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 wo? Links von dem Stein wo der Transit Franz steht Ich seh dich da Vorsicht Vorsicht sind da vorne Da ist noch einer Einen hast du Terzui Das andere ist raxa Ich weiß der andere hat mich getroffen Ja ja ich versuch den zum laufen Ich bin direkt hinter dir Ich hab keine Bandage auf Ich bin direkt hinter dir Ich bin direkt hinter dir Ich bin direkt hinter dir Ich geh in den Angriff von der Wenn die keine Bandage auf Digga du bist ein Gott man Aber einen hab ich Das ist schon mal Ich hab auch den direkt Der näher am Stein ist weggeknatscht Ja der ist links vom Stein Der ist links vom Stein Der kommt Der schießt auf dich hin mein Ja Junge Trafen Das machen wir nicht deine Stärke Na Der geht über den Stein Über den Stein Oben auf Stein Oben auf Stein Nice Digga du bist ein Gott Ja haha War ja geil alter Sehr geil Ich hab da schnell hin Ja ja ich bin direkt dabei Ich bin direkt dabei Schön gemacht Digga Oh der hat die DMR Der hat die DMR Ja ja der hat die DMR Der Tui Tui Ja nice Die nehm ich erstmal Ja ja Kann noch einer von euch hinterher haben Ja ja Das sind immer noch mehr Ja wie heißt Ja das war perfekt Da hatte ich genau hinter dem Stein Da konnte ich genau Das war nicht ja Ich loote den anderen oben grad Hopp Warum ist es nicht gut Ich bin tot Der ist direkt da in meiner Leite Da wo die anderen sind Track Auf dem Stein grad Der ist hinten Er wird da wahrscheinlich Ich hab ihn mir maskiertet wahrscheinlich Aber gut dass ich beide erwischt hab ne Ja Auf jeden Fall Ja war ein gutes Teamwork grad Ja gut dass ich auf K war Tja Komm Sehr geil Einfach rennen hinter den Das will durch den Wald Und gerade durch Da wo diese ähm Da ist so ein Vortransit am Stein Da spawn noch die enemies Ja ich hab ihn Bandit pressure Aber gut jetzt bin ich wieder bandit ne Also da liegt jetzt ohne Ende Loot Den sollten wir alle cache'n Ich hab noch ohne Ende Platz im Backpack Ich hab ihn nur jetzt grad mal da weggerannt Ja ja ist okay Ich komm da auch in der Nähe Ich komm da auch in der Nähe Ich komm da auch in der Nähe Ich hab da auch in der G690 Die ist dahinter Hinten dran genau da Ja nice ja Haben wir aus dem Vortransporter gelegt? Nein 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 Keine nichts Meine Leiche liegt noch vorne Ein bisschen Loot liegt auch noch in dem Vortransit Also fahrt die da Und wir holen jetzt den ganzen Loot hier mit Und hauen uns auch noch ab Ja ich würde sagen dann hauen wir ab Dann verlieren wir hinterher Also Rechnen damit das Also Rechnen damit das eventuell einer an der Basis hängt Ja 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 wobei Wir haben jetzt Lachser gekillt Wir haben Lachser kam zwar grad nicht wieder Und wir haben Ja und du weißt ganz genau Bei Lachs waren Es sind genug Militäre Baisen hier Alleine auch die da oben Ja wir sind aber Mannstark Also wir sind dann Wenn wir alle zusammen da hinrennen Die Mannstarken ihr seid Hab ich ja gerade gesehen Ja Wir leben jetzt alle wieder Und haben den ganzen Loot Also Und er ist jetzt böse zu meinen Aber Ne Tatsächlich kenne ich den schon Am besten gehst du nochmal aufs Klo Ich möchte übrigens anmerken Das wüsst du nicht Das ist ein Bandit Level 2 Ich bin jetzt Gilly Und ich kann halt an Dann schießt ihr in mein Beinwände Ach ne du hast ein Zombie wahrscheinlich Oder so ne Ah ich seh Dann sind zwei Hinter dir Zeck hinter dir Von mir? Hinter dir Hinter am Baum Der lockt uns weg Wer ist die Hero 1? Das ist Zecke Hero 1 ist Zecke Der dahinter sind zwei Stück Der Bandit Level 2 ne? Ja Bandit Level 1 ist Punica Wo ist er hinten? Ist er weitergerannt? Bis sie ihn ausgenockt haben Ich kill den Ja ja Lass mich Lass mich Dass ich dann die Humanity kriege bitte Oh Humanity Der wacht jetzt gleich auf Los mach hin 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 Läuft Wohin 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 Der Schuss ist durchgegangen Der Schuss ist durchgegangen Jetzt ist er tot Ja ja der Schuss ist durchgegangen Warum auch immer Ist der Bandit 1 hier? Ja das ist Punica Das bin ich Wo ist der andere? Wer ist da auf dem freien Feld? Ich ich Auto habe ich leer gelootet FN Call Und D36 habe ich Das war meine Das war meine Genau Ich 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 Gebt euch bitte in Sicherheit Wie gesagt Palisand Es sah aus Als wollte er los Nicht Palisand Ja ja ich weiß Ich bin die ganze Zeit hier oben Am Bohrer Es tut mir leid du weißt Du weißt das ich nicht Wie gesagt Auf dem Stein lag noch eine Leiche Ja ja die ist aber leer Also das 2HK Max Den nehme ich noch Schmatch mit Und das Mokin Der liegt noch ohne in der Tools Hinter dem Ding Die kann auch irgendeiner mitnehmen Der kann eine gute Waffe hat jetzt Punica hinter dem Wo die 3 Leichen liegen Ich mach mich schon mal mit Guri Ein bisschen aufm Weg Ja ja Das ist der Schuss nicht gezählt Ich hätte ihn zu klein gekriegt Ach scheiss egal ey Dann nehme ich lieber die MP5 erstmal Irgendwo müsste eine AK liegen Wie gesagt Ah ja hier Noch besser Da kommt einer in den Wald runter Da kommt einer in den Wald runter Wo wo? Irgendeiner mit einer dicken Waffe Trainingsanzug Ok Wo wo wo? Ich hab keine Muni Wo ungefähr Links oder rechts von dir aus gesehen 230 Grad Ähm 3-330 Alles klar Nein nein nicht 330 Der ist im Wald Aber wo war der jetzt? Kompass nochmal Jetzt bin ich so aufgeregt Kompass nochmal K K Ähm 330 genau 330 Grad Ja Er guckt auf den Auf das Ding Nordwestlich 330 Grad Wie weit ungefähr im Wald rein? Ähm Ziemlich nah schon Kann der jetzt nicht genau So Stefan 200 Meter 300 Meter 300 Meter So Im Stein Oder hinter einem Baum Äh im Wald Irgendwo hinterm Baum lag Der hat sich versteckt glaube ich Geh nix von Nika Du hast besser und stuff als ich Ja Lieber ab Ne Ich hab ne AK Ich versuch den jetzt zu kriegen Ja Lars wollen wir move'n Hau die ab Hau die ab Lass und so move Wir halten die den lassen ein bisschen auch Ja der hat nicht gewappt Ich glaub das ist irgendwie DMR oder so Irgendwas Was großes hat er da Wie gesagt Bundika blauer Trainingsanzug Äh du bist zu weit Es hat netbar wieder Ah da da er läuft durch Ne das bist du Der ist irgendwo da wo du bist Der war da wo du bist Hast du noch DMR Mix? Ja zwei aber nicht mehr viele Schuss Ja warte ich hab eins Ah, lass mal hinter Deckung gehen, lass mal hinter Deckung gehen, lass mal hinter Deckung Ist jetzt so dunkel, Alter Wer hin? Bist du da gerade hinterm Baum, Ponyka? Nein, ich bin jetzt klein Warte, ist der ein hinter Baum? Wo hinterm Baum? Guck mal, noch 330 Grad Der ist denn voll, Jäger Jaja, ich hatte ja Dings vorhin vorbei Ich hab den nur von der Seite aus Weiter hoch zur Straße hin oder runter? Ich brauche wirklich die Angaben brauchen Weiter in den Wald rein Kann der nicht genau sagen wo? Ich seh ihn jetzt gerade nicht mehr Und wir wachten aber, wir gehen doch nicht in die Base, wir wachten vor der Base dann Und dann wachten wir bis alle da sind Tim, wo bist du? Bist du? Halo Was? Tor, da ist er Nice Was hat der für ne Waffe? Fertig Held 履per Held Fertig Da Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020